Hi, ich bin Mike hier und herzlich willkommen zu Folge 24 von Thronebreaker The Witcher Tales. Wir haben uns hier jetzt tatsächlich einmal komplett durchgelootet. Hier liegt spontan nichts mehr, was ich erkennen könnte. Aber ich sehe gerade hier hinten führt, glaube ich, einen Weg zum Schreien von Melitene. Dann lasst uns doch hier nochmal die Moral unserer Männer boosten, bevor wir uns hier in den nächsten Kampf mit Nilfgaard stürzen. Denn ich habe das Gefühl, dass hier könnte wieder etwas anstrengender werden. So, dann kommen wir hier nämlich außenrum zum Schreien. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank. Und dann können wir den Weg wieder zurückschlurfen. Und mal gucken, was Nilfgaard da tatsächlich für uns vorbereitet hat. Ist tatsächlich noch ein ordentliches Stück und ein, zwei Käffer bis zur nächsten Story-Mission. Also, wir haben noch ordentlich zu tun, wenn wir uns hier weiter mit Nilfgaard auseinandersetzen wollen. Kleinen Moment, bitte. Können wir den Kaufmann nochmal einhandeln? Ich glaube, sie sind weg. Achso, nein, können wir nicht. Das hätte ich nochmal ein bisschen Holz gegen 750 Gold getauscht. Das war das letzte Mal ein beeindruckend guter Deal. Der uns auch nochmal das nächste Armee-Upgrade beschert hat. Und deswegen wäre ich doch bereit gewesen, das nochmal zu machen. Vor allen Dingen, weil das nächste Armee-Upgrade bei 5000 Goldstücken liegt. Und das ist halt mal eine echte Hausnummer. Aber gut. Herr Gräse. Meve heard Reynard call out from behind her. The scouts returned. Claims to bear an urgent message. The Queen halted her horse and waited for the soldier to reach her. He abandoned all formalities and jumped straight to the point. Milady, a black-clad caravan, armed to a hilt, rides this way. To believe the rumors, they're hauling a load of war loot back south. Reynard gave the soldier new orders, then turned to Meve. Sounds like a prime opportunity to replenish our coffers. Äh, ja, wir brauchen die Kohle. Indeed. Eine Chance, die wir nicht ignorieren können. The Queen sagte. Deine Units blocken ihren Weg. Gascon und seine Männer werden in den Wald schlagen und streiten ihre Flanken, während ich die Trappe schlange, attackant von behindern. Der Plan ist erstatt. Meve gab das Signal, um rauszuhalten. Einen kurzen Moment später, die Krieg begann. Ich denke, ich hätte vergessen, mir was zu trinken zu holen zwischen den Folgen. Mh, scheiße. Der kaiserliche Transport. Die Nilfgaarder stoppten, als sie erkannten, dass der Kampf unausweichlich war. Doch nicht alle gingen in Verteidigungshaltung. Bei jedem Wagen blieb ein Soldat, wendete den Angreifer an den Rücken zu und ließ den Blick nicht von der Fracht. Welche Mysterien verbargen sich in den Wagen? Welche Schätze waren so kostbar, dass man sie vermitten im Kampf die Selbstverteidigung vernachlässigte? Hinweis, enthülle die Falle. Sonderregeln und ein verkürzter Kampf. Okay, alles klar. Enthülle die Falle. Hm. Ich bin gespannt. Was haben wir denn hier? Ich glaube, die Demeritionsbombe können wir uns sparen. Die Wagenburg würde ich allerdings mitnehmen. Die Elfen und Zwiebel-Suppe hat uns eigentlich auch immer gute Dienste geleistet. Ich glaube, wir versuchen unser Glück mal... Wobei, die sind schon aufgestellt, oder? Lass mal einen Schreinerbomber noch auswerfen und dafür nochmal einen lyrischen Senzenkämpfer mit reinnehmen. Okay. Gaskorns Überfall. Wenn eine Karawane neben diese Karte verschoben wird. Karawane, unbewirklich. Wenn nur dieser Einheit Schaden zugefügt wird, verschiebe sie eine Position nach rechts. Todeswunsch, Mief verliert den Kampf. Karawadeneskorte, unbewirklich, unbewirklich, unbewirklich. Okay. Ja, pass mal auf hier. Irgendwann doch mal einen Lyrischen. Und vom Kämpfen greifen dann sie gleich an. So. Ich gehe gleich mal die Wagenburg auf. Das war ab. Weiß choice. Dann die Elf- und Zwiebelsuppe. Werde die Markiere eine Einheit tauschen nach 3 zu, deren Stärke gegen die Stärke der Einheit. Plünderer, grauer Reiter. Wenn eine andere verbündete Karte ausgespielt oder eine andere Helfershow wird, verschiebe diese Einheit auf die Position neben mir und verbessere sie um 3. Okay. 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 Dann fahren wir hier doch gleich einmal mit dem Lyrischen Raum rüber. Bewegt sich hier zumindest mal was. Und bänden den Zug. Wir sind dicht, Deine Grace. 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 So, so, so. Wie? Ist hier doch schon mal schönes Flastbreit voll? So. Wie? nicht war solltest du nicht ein wenig trägern ich sag's noch nothing personal ich versuche dir danke schön danke schön danke schön danke schön ach so nilfg ist dran verdammt Ach! Scheiß! In! Tränen! Dieser Artist wird in schwarzen Händen rechnen. Passt auf. Wenn man hier ist, nämlich in der nächsten Röder gleich nochmal einen lyrischen ziehen, da kann man nochmal die Reitschwerden triggern und dann machen wir die da hinten nämlich ja nicht weg. Die geben wir nämlich gehörig auf die Nüsse, wenn ich ehrlich bin. So. Da habt ihr. Hier nochmal ein Streuner. Wir enden den Zug. So. Denen hier etwas zusetzen. Einmal alles aufheilen. Geben wir schon etwas auf den Keks. So, Zug beenden. Und dann kann man auch passen, weil Nilfgaard hat eh schon den Kürzeln gezogen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich bin gespannt, was die so transportieren. Ich hatte echt die Hoffnung auf einen Scheißhaufen Gold, aber irgendwie... Der Plan ended in success. The Nilfgaardians crushed. As soon as the dust had settled, Neve tore the canvas off the nearby wagons to see what precious loot they had so carefully guarded. She expected to find gold, jewels, or exquisite silks. Instead, she saw dirty, terrified figures bound in chains. Slaves. Reynard muttered. Their precious cargo. Slaves. Behold the glorious future, the empire brings us. Ah, Geld hätten wir lieber gewesen. Smeave ordered the prisoners freed and discovered they were Adernian peasants on their way to dig canals and dredge swamps as forced laborers. You are free. You can return to your homes. The Queen said. If she expected words of thanks and gratitude, she was in for a disappointment. Warum? What homes, milady? Asked one of the peasants, holding back tears. Took our land, they did. Nothing we have now. Not a rag to wear, not a crumb to eat. Leave us, we die. Soldiers don't do us in, monsters will. Assuming hunger and cold don't get us first. The Queen was about to answer when she heard Gascon, standing behind her, whisper. Before you make any rash promises, please, some maths, dozens of hungry mouths to feed, and weak bodies to defend, twice as many tired legs to wait for, while war rages all around. You do realize, you cannot save everyone. What? What? Welche Nachteile sollte das haben? Das war bisher nie ein Problem. Händen die mit? I attacked this caravan hoping to fill my coffers. The Queen said. Instead I have only secured a new drain upon them. But very well. In these ill times we northerners must help our own. Women and children in the wagons. The men shall march alongside to the rear. I warn you. If you cannot keep pace, we shall leave you by the roadside. Move out. The Queen's gaze momentarily caught the eyes of an old woman her soldiers were helping onto a wagon. Tears of gratitude poured down her sootstained face across hard lines left by years of destructive toil. Neve was convinced she had done the right thing. Tears of encouragement for the dead body. Tare of hates us. Este says nothing. Envie vamos a día. I didn't understand. Tare of encara. Tare of normally. Am in yet to be the feared is to help me. mit meiner Zunge, aber ich kann nicht anders. Ich habe wie befohlen, 30 lebendige Nordlinge, adernische Herkunft beschafft, die sich wie folgt unterteilen. 13 Männer, 7 Frauen, 5 Alte, 5 Kinder. Die Arbeitstauglichkeit der Alten wird im Lager bestimmt. Gegebenenfalls werden sie aus der Karawane entfernt. Lang lebe der Kaiser. Ja, hervorragend. Dann haben wir hier noch etwas Loot. Und es lasst mich aber hier sicherheitshalber nochmal einen Speer vorschicken. Ja, genau deswegen nämlich. Gut, auch das da unten hätten wir kommen können, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe jetzt bisher noch nie das Gefühl gehabt, dass ich den Speer komplett umsonst losgeschickt hätte. Vor allem, wenn ich daran denke, hier 75 Goldstücke hasse in 0, nichts wieder am Start. So, hier oben war dann noch was. Und ich mich hier durchs Dickicht schlagen. Und wir stehen vor einer Stadt, in der Nilfgaards Flaggen wehen. Hervorragend. Und mit Flaggen meine ich Banner. Und hier ist ein Zaun, durch den wir nicht kommen. Da drumherum ist auch alles Nilfgaardisch. Nehmen wir noch mit. Das hat uns... Hier gibt es nochmal einen Kampf. Hier gibt es ein Rätsel. Und noch einen Kampf. Okay, zwangsläufig müssen wir aber durch diese Stadt. Und genau deswegen... Ähm... Da war auch nicht jemand getroffen. Als wir neben Gatberg, her eyes were drawn at once to the Black Penance flying over its palisades. Nilfgaard's Penance. Her scouts found the city's buildings intact, its streets unstained by blood. Black-clad soldiers could be seen guarding storehouses, holding loot pillaged from nearby settlements. Curiously, these soldiers were very few in number. The gates stand open. Clearly, the Imperials expect no attack, giving us the element of surprise. We can take back the city and... And make off with the gold. Gascon finished. Ähm... Ich rieche sowas von eine Falle. Es muss eine Falle sein. Niamh hated Nilfgaard and needed gold to maintain her army. Two very good reasons to attack Gatberg. Her decision made, she ordered her men to prepare for battle. Now the invaders would have to try their hand and defend them. Larven! I say to nothing! Hm. Okay. Die Schlacht von Gatberg. Die Königin hatte gefürchtet, ihre Soldaten würden um einer adirnischen Stadt willen nicht den Tod riskieren. Wozu für den Nachbarn den Kopf hinhalten, wenn das eigene Reich ebenso bedroht ist? Doch Meeves Infanterie fortgrimmig und liest nicht nach. Angesicht von Nilfgaard ansturmen, wurde die Zwistigkeit zwischen Lyrian, Thelmerian und Cadvanon umstandslos beigelegt. Schließlich waren sie alle Leute des Nordens und sie mussten einander beistehen. Hinweis, greife die schwächeren Einheiten an. Es gelten Sonderregeln. Es ist ein verkürzter Kampf. Okay. Alles klar. Schlacht auch nur eine Runde. So. Was haben wir denn hier? Quetschfalle raus. Brunenstein. Demerition formen wir raus. Den Steinschalter lassen wir drin. Aigwandenes lasse ich auch sehr gerne drin. Okay, versuchen wir uns ein Glück mal. Sie fühlen hier an Hause, die Nilfgaardians. Lasst uns zeigen, dass sie falsch sind. Was war das denn, glaube ich? Befehle kräftige alle verbündeten Einheiten um eins. Wenn zwei verbündete Einheiten erschienen sind, verbessere diese Einheit um sechs und gib ihr Zähigkeit. So, der Falle hat Zähigkeit. Einheit erlaubt am Rundenende, um im Flachtfeld zu bleiben und in diesem Fall ihre Basisstock wiederherstellt, wenn sie vorher verbessert wurde. Okay. So, dann gibt es hier nochmal einen jüdischen. Und dann nehmen wir den gleich mal an die Kürbel. Keine Säge, um zu kämpfen. Oh, damit machen wir es nochmal beliebt. Wir werden sie alle beendet. Ordnung! Deswegen haben wir Alk hier am Start. Wenn wir den ziehen, das gibt nämlich richtig saures. So, dann haben wir hier die Elf- und Zwiebelsuppe. Wir haben natürlich einen Streitwagen. Den Regimentstrommler. Uh! Rechts 1 Ladung. Wir nehmen den Regimentstrommler. Vielen Dank dafür. Leben ist mein jetzt! Autschi! Aber den macht ihr mir nicht, Nido-Freunde. Ich schiebe drei Karten, ein, nein, 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 zwei Schaden zu. Ach, was soll's. Dann machen wir das Ganze einfach gleich ein Locker. Dann machen wir das Ganze einfach gleich ein Locker. Denn ich will die definitiv vom Feld haben. Ich will die echt dringend vom Feld runter haben. Was ist er denn bitte? Ein Elf-Gartischer Kommandant. Super. Ich war immer mal hier jetzt halt einmal so drüber. Das ist 19. Natürlich, wie du wünschst, Master. Wir müssen uns an uns trusten. Ah, verdammt, da geht meine Chance hin, die Arbeläste wegzuhauen. Goddammit. Ach, scheiß! In zwei! Ich bin sehr skeptisch. Aber wenn wir jetzt dann, äh, Eid spielen müssten und dann dem Elf-Gartischen Kommandanten zusetzen, dann müssten wir es eigentlich ausgleichsen können. Aber es wird echt haarig. Es wird echt haarig. 15. So, was können wir jetzt mal mit Mief machen? Hier, die Fußsoldaten einbreiten. Dann hier nochmal hochsetzen. Und dann... vorbereitet, um zu kämpfen, wenn du keine Ehre hast. Hm? Tja, das muss es reichen. Ich dachte eigentlich, ich könnte mit ihm noch Schaden austeilen. Höhe von dem, was er... Hat auch so funktioniert. Bin ich auch nicht unterbar für. The battle of Gatberg ended in Mief's victory. Much to its inhabitants' mispleasure. While she examined the Nilfgaardians' storehouses, the city's mayor, an elderly gentleman with a walrus' moustache, Requested a private audience. Your Grace, I am old. Kill me, you'll merely save my gout the trouble. So I'll be frank, you've put few men. You'll not spare a one to defend the city. When you ride off, the Imperials will retake Gatberg, peer into their looted storehouses and seek revenge. You will be far off, while we shall be all so terribly near. The old man creaked down onto his knees and gripped the hem of the Queen's coat with knobby fingers. Your Majesty, I beg you, leave the gold, or the streets of Gatberg will flow with the blood of our women and children. Duh. Meave contemplated what to make of the fellow. Should he be praised for his forethought and concern for his townsmen, or condemned for cowardice and insolence? Black Rayla, however, had no such doubts. Traitors all. Small wonder the town's untouched. Must have opened the gates wide for the southern scum. Now they want us to let them fill their pockets with plundered gold. Oh Gott, wir könnten das Gold so gut gebrauchen. Wir könnten das Gold so gut gebrauchen. Aber der alte Knacker versucht doch nur das Richtige zu tun. Wer haltet euer Hurengold? Meave stood before one of the chests, filled to the brim with gold. She slammed its lid shut with a bang. The gold stays. Every coin. She said... In exchange, I wish you to promise when the moment arrives, when Nilfgaard is on the retreat, you will take up arms and stick them in their black-clad backs. The old man stared for a long while into Meave's cold eyes. Then merely nodded his head in silence. Ihr werdet nichts dergleichen tun, nicht wahr, ihr Bastarde? God fucking damn it. Für nichts. Für nichts. Für nichts. Unfucking fassbar. Und für sowas setzt man sich noch ein, wisst ihr? Ah. Na gut. Damit sind wir auch fertig mit dieser Folge. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich bei allen. Besuch. Ich bedanke mich bei allen. Jaw pill.